hallo ihr lieben und herzlich willkommen zur sonntags doppel folge heute im schneesturm und jetzt ist der schneesturm schon wieder vorbei was ist denn da los ja und ich habe ja gerade schon mal kurz eine kleine tauchtour gemacht und ihr seht schon ich habe eine menge freunde gefunden die wollen ja unbedingt mit uns spielen und da ist tatsächlich einer dabei der ist sogar ein bisschen höher vom level den wollen wir uns doch schnappen denn wir brauchen ja noch ein tauchgerät sozusagen für tauchgerät und ich bin hier in der nähe vom von unserer basis ihr seht ja schon gar nicht so weit weg und annie holt gerade mal das dodo kippel hoffentlich ja mache ich mache ich mache ich mache was machst du ja ich bin gerade aus versehen egal egal an die wollte gerade auf dem desktop rumspielen ja also wie gesagt hier ist eigentlich einer bei der ist ein bisschen höher vom level wo ist er denn hin hier so tatsächlich gar nicht wo ist er denn hin hallo verloren na wer dir jetzt nee irgendwo hier waren da wir 80 über vielen weibchen das wollen wir haben das noch da ist ja das ist hier irgendwo einmal nicht aufpasst er ist glaube ich ja vorne irgendwo streue ich das noch um man sieht ja auch so wahnsinnig viel unter wasser das echt der wahnsinn letztens kam ja die frage was das für ein grüner name ist da bei uns in der nähe vom haus das ist taia ja die muss natürlich im wasser leben die können wir jetzt nicht mit nach oben nehmen wir haben noch keinen pool ja das ist ein echt wasser pool ne ja das stimmt wo ist denn wo ist denn der level 80 delphine sag nicht du hast dich vertramt ich weiß es ist kein delphin ist ein meeresreptil aber für mich ist ein delphin punkt wo ist denn das wir haben nur ein dodo kippel ne eigentlich haben wir mehr nehmen wir haben nur ein dodo kippel was waren die 16 stücke oder haben war das skorpion kippel super okay dann haben wir kein dodo kippel ich könnte welches herstellen ja wir brauchen erstmal sowieso ein delphin wenn dann ja kurz also das ist hier liegen was haben wir denn hier noch so im angebot für den level 12 kriege ich das jetzt nicht wieder in den kühlschrank aus dem kühlschrank rausgenommen kein platz mehr jetzt nehme ich den anderen ja wahrscheinlich wegen spoilt miet oder so ja super okay dann gibt es kein dodo kippel ja hier habe ich schon mal einen kurzen megalodon kalt gemacht der konnte nix besser war das und ich fühle mich verfolgt von der delphine bande unglaublich ja irgendwie ist der delphin weg mal gucken sondern hier vorne noch wahrscheinlich der war vorhin ziemlich nah am ufer vielleicht wurde der einfach gekillt was haben wir hier das ist nur wenn der will der bis 40 die kommen aufnehmen ist immer den besser als keiner so dann kommen wir hier kleiner passt sogar ich ganz gut er dürfte relativ fix gehen müssen bloß mal wie gesagt zusehen dass wir hier ein bisschen dodo kippel noch an kriegen ja so soll ich jetzt welches her stelle ja das klang jetzt nämlich nicht so ja doch auf jeden fall wir brauchen ja dodo kippel für den delphin hier dann mache ich das doch mal eben das problem ist jetzt nicht schon mal immer so durcheinander manchmal bleibt man echt drinnen hängen da muss man immer kurz eine von nachts geben damit die wieder wegschwimmen ich habe bestimmt total lustig die spielen halt gerne nur so und ich würde sagen wir machen mal kurzen cut bis an die das hergestellt hat dass wir müssen angefangen mit dem themen und sind dann gleich wieder für euch da genau sehen wir uns gleich wieder bis gleich und da sind wir wieder jetzt im besitz von zwei solchen tollen meeresreptilien es sind ja keine delphine trotzdem heißt unser neuzugang flipper ja auch wenn es keine delphine ist aber sieht so aus wie delphin von daher so wir wollen heute auf alle fälle mal ich hänge hier fest am stein schön wir wollen heute auf alle fälle mal gucken ob er in anglerfisch finden genau das ist der plan wir wollen euch den ja nicht freund halten haben ihn selber noch nicht gesehen also geht es nach unten also gesehen habe ich vor und schon welche wieso hast du dich schon gesehen und ich noch nicht weil du vor nicht mit tauchen warst ich habe noch geschlagen ja das ist auf jeden fall also wie gesagt müssen wir mal gucken ich hoffe wir finden nicht großartig irgendwie anderes viel zeug moser oder sowas oder legal oder uns so hier drüben du bist ein das ist hier ist einer muss ich die greifen wir müssen mal gucken dass der fan level hat behalte mal kurz ein bisschen im auge ja 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 was ich habe mir ist level 60 wir könnten uns eigentlich gleich schaden aus der ist brutal passen auf den stadt uns gleich würde ich sagen ja okay dann sagt mir an was ich machen soll na hier am besten in der nähe vorbeischwimmen und jeder muss an die luft ich habe nämlich noch gar kein schau da genommen das ist schön ja ich hab's in der tasche mehr und ich dachte die schwimmen bei der unten rum ehrlich gesagt ja dachte ich jetzt aber auch das heißt du mir erzählt dass sie irgendwie so walaus in der tiefsee sind normalerweise leben die da so guck mal hier wäre ich eine gute stelle um den zu betäuben dann könntest du mal runterkommen und den schon mal anschließen ja ja ich muss das meine ja moment wo ist er denn hinter dir er folgt ja noch völlig abend muss draußen ich treffe den eh nicht ja pass auf dass er definitiv und ich habe ihn getroffen und er ist jetzt auch aggro auf mich so guck mal ich schon mal eben so rum der sieht brutal aus ja aber geil war nicht mehr findet nemo am ende auch so ein fisch das ist lange her dass ich den film geschaut habe weißt du bescheid müssen man dem nächsten mal wieder gucken und der haut ab kommt zurück dann müssen wir uns gleich noch nie ich habe mich gerade verguckt ich dachte es war noch einer aber das war mir alle so der wirklich er leuchtet nicht mehr oder nee der guckt jetzt einfach richtung stein bleibst du hier ja da hängt so ein bisschen im stein drin ich denke mal wenn wir den teuben sollten da eine stelle kommt er zurück oh mein gott und der macht ordentlich schaden oder was das weiß ich nicht keine ahnung ich glaube es ehrlich gesagt nicht aber er kommt zu dir ja man schwimmt immer so schnell mit armen brust er ist jetzt wieder hinten so getroffen ich hoffe mal hier unten sieht es eigentlich ganz gut aus wenn er hier runter fallen würde wäre es gar nicht so schlecht glaube ich haben getroffen daher kommt er immer zu dir also die folgt ja auch hier kommt nein nein scheiße wo sind daher ich weiß es nicht daher ist hier unten wo ich folgt ihr ich sehe sie nicht die folgt hängt direkt hinter mir über mir scheiße scheiße das war es doch gleich wo ist denn mein flipper macht den hei kaputt ja den krieg ich doch gar nicht doch doch der ist der ist nicht so von der und er kann eigentlich nicht nach hinten angreifen da gucke weg ist er hat sich aber echt panik wo ist denn ein fiech ja ich suche gerade mein delphin hast du einfach nicht auf folgen gemacht nein geh suchen die flipper suchen wir haben gerade erst gefangen den kannst du ja nicht schon wieder versaubert ja aber wir sind doch gar nicht so weit hier irgendwie durch die gegend oder scheiße ehrlich gesagt keine ahnung und ich muss immer nach daher ausschau halten was auf dass du nicht absäufst ja ich schwimme schon wieder nach oben ich muss mal gucken der war nicht so weit unten ich muss erstmal hier den hai auseinandernehmen der irritiert mich ne geh mal suchen der haie ist egal ja aber ich denke jedes mal das ist ein neuer trinkst dann wenn wir ewigkeiten herum hängst flipper wo bist du flipper mann ich habe dir natürlich nicht erfolgen gesetzte schlechte erfahrungen mit dem tierchen folgen blöder fisch du wo bist du denn hin weil das irritiert mich ein bisschen dass er jedes mal abhaut ich war ja meiner meinung ich bin schneller geschwommen aber jetzt irgendwie ich weiß ja auch nicht so wo ist er denn ich sehe gerade schon überhaupt nicht schön sie auch überhaupt gar nichts hier es wird immer dichter dem seh nichts unter wasser ich sehe nicht mal euch wahrscheinlich weiß vielleicht irgendwas in den c immer schön auf luft und ausdauer achten ja 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 ich sehe nur nichts ansonsten gehst du zum ufer zurück vor die ja trinkst wollen wir auch nicht hier geht schon so echt noch mal gucken dass ich hier flipper wieder finde achta ja nicht im weg rum schwimmen das macht sie gerne selbst betäubt oder was macht er hier noch nicht immer noch nicht irgendwie das sieht so komisch aus dass er so halb in der wand drin steckt ein bisschen merkwürdig ja die gott ist der hässlich er wollte keinen preis für schönheitswettbewerb in finn sei schon gewinnen ölquelle noch eine ölquelle oh komm jungchen jetzt machen wir hier kurz einen abflug mensch sag mal huch das war gerade rubberbanding ok also hier ist eigentlich total geil wenn er hier in unmacht fallen würde ich ganz ehrlich sagen und jetzt geht es übrigens nicht mehr dass man das lazarus schau da unter wasser essen kann glaube ich oder weiß ich nicht keine ahnung doch doch aber es hilft ja nicht wenn du keine ausdauer hast keine luft meine ich mann flipper also ich bin mir nicht ganz sicher ob das hier gewollt ist dass er so im boden steckt aber hier wäre trotzdem ideal muss ich ganz ehrlich sagen ich weiß ja nicht wie viel torpau der hat also durchaus möglich dass es hier eine weile dauert ja wie gesagt du kannst du mal richtung ufer erstmal gehen ich meine das flipper jetzt weg ist okay kann man jetzt gerade erst nicht ändern aber ich habe doch zeit mehr weil du trinkst das sonst ich brauche ein bisschen ja aber ich brauche ein bisschen hilfe ja zumindest oder gib mir deine pfeile wenn ich hier bist irgendwie sehr merkwürdig mein der ist noch nicht betäubt sagst du irgendwie nicht weiß auch nicht wie viel der aushält ich weiß auch nicht wie lange es dauert kannst du den links rein stopfen in den teilen ja dann fallen die auf boden so sind drin also nur die narkose feine wo ich muss auftauchen ganz dringend ganz dringend wo ich muss auftauchen ist ja doch ich habe schon das alles im blick ja ja ich bin pünktlich auf geht aber dann noch die panik schieben naja man muss und so wo ist er denn so da ist er machen weiter ja mach mal so weit weg habe ich doch lieber gar nicht geparkt ich weiß es ehrlich gesagt nicht vielleicht so einfach akku geworden auf irgendwas und ist weg schwimmen ich habe den dort hingestellt wo du flipper auch hat das gemeint dass ich sei jetzt hier mit drauf schießen naja dann war er ist aber auch nicht gestorben jetzt hätte man ja gelesen der muss hier nach oben spüren sich irgendwie so ein es nicht so ein gerät mit dem man da wasser viel besser gucken kann ehrlich gesagt nein ich weiß nicht ob es mit der taucherbrille geht aber da man die ich bauen können aktuell weil wir sind nicht level 75 ist ja sowieso keine option was hält das wie ich denn aus sag mal flipper finde ich nicht nett ich sehe auch kein grünen schriftzug oder so was gar nichts ist doch nicht normal hier mit dem anglerfisch vielleicht ist er verpackt und er sieht so aus ob der gleiche drauf geht ja möglich ist aber das problem ist wie will man ihn denn bitte schön sonst hier betäuben eine sehr gute frage wahrscheinlich geht er gleich drauf so wie der aussieht er schade dass man die lebenspunkte nicht so sehen ach jetzt cool okay sehr schön sehr schön guck mal ich bin aber hoffentlich auch noch nicht also ich nicht ja ich habe schon mal wie gesagt also anglerfisch gesehen da war etwas niedriger vom level und wir brauchen ganz dringend prime meat prime media ich habe leider kein unterwasser gefährt es tut mir leid ja dann ab ans ufer ist jetzt das ich sehe da irgendwas mama mama fernglas also sieht aber eher aus wie ein hau muss ich dann ehrlich sagen ach man ich weiß doch dass ich den umbringen wollte dann gucke ich mal ob hier noch was drin ist im hau man das ist ja gut dann gehe ich jetzt prime mit jagen und hoffe einfach dass lieber wieder auftaucht ja tot ist er ja nicht nee wir werden den sicherlich noch wieder finden ist jetzt nicht so ein großer radius hier eigentlich die sind mit torpa aus hier ohne geht auch schnell runter müssen wir natürlich mal ordentlich was reinhauen oh ja da wollen wir stapelweise wir wissen ehrlich gesagt noch nicht was für ein kippel das viech frisst ich würde sagen wir machen trotzdem an der stelle mal einen kleinen cut und sind dann wieder für euch da wenn wir hier mal vorangekommen sind genau richtig ja vielleicht haben wir ja bis dahin auch flipper das wo ich nicht langweilen hier mit dem ganzen unwichtigen rumgedöns rumgerenne also wie gesagt wir sind gleich wieder für euch da und ja nicht wegrennen bis gleich bis gleich und da sind wir wieder zurück ja flipper ist leider immer noch verschollen aber wir sind jetzt fast mit unserem anglerfisch durch der liegt hier unten man sieht hier wenn man man sich hier so völlig verbuggt an der wasserberfläche bewegt kann man unten den anglerfisch liegen sehen ich will gucken ich sehe gar nicht ach doch da lustig auf die art und weise haben wir aber flipper nicht gefunden nee das ist wie gesagt eine katastrophe und wir haben jetzt mal alle möglichen kippelsorten durch probiert keine ahnung was er frisst also weiß ich nicht das was wir hatten haben ausprobiert ansonsten ja wie gesagt mischt zu finden aber gut er ist ja gleich fertig also wir machen das jetzt mit primit gemacht wir haben jetzt gut eine stunde gebraucht ja du kannst auch schon mal later aus ja 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 und dann schwimmen wir mal runter weil er kriegt man nämlich den dossier entrag hoffentlich so bin auch wie ich folge dir zwar langsam aber ich folge das macht nichts wie gesagt ist schau da gerade gar nicht gegessen warum naja dann immer auf satteln ja wo bist du denn hinter dir jetzt schwimme ich mal so und da sollte gehen wir müssen halt unten ab zum tauschen falls wir ausdaueproblem haben oder so so ok soll ich der fiel mit also ja natürlich natürlich auf dem rückweg können wir dann tatsächlich dann den anglerfisch nehmen ja der ist anscheinend ohne sattel zu zu reiten ist eigentlich auch das falsche wort ne ja also wir haben schon mal geguckt es gab wohl gestern noch ein bug dass man ja vorgestern dass man den nicht zähmen kann vor ein paar tagen ja und guckt euch mal hier vorne die trilobites an das ist ja hölle also wirklich die haben dort eine versammlung also hier muss irgendwie was sein aber mir immer reinhaut dann hat man wahrscheinlich ganz rucksack voll schicken ja richtig gut ich meine können wir immer gebrauchen du kannst ja noch ein bisschen hier narkotiks hier rein reinhauen hat er nicht noch genug ja ich weiß nicht also es geht relativ schnell runter ja jetzt hat er gefressen stück kommen der braun nichts mehr der ist beim nächsten fressversuch fertig sagst du es wird reichen dann frisst er und wir lassen das jetzt also wir hoffen mal dass er backen nicht noch existiert mit dem themen also das wäre extrem ungünstig eine stunde für umsonst hier verbracht ja also dabei aber ich glaube bei patch 223.2 stand irgendwas da dass die dass der narkotiks verbrauch reduziert wurde oder gefixt wurde da war wohl glaube ich irgendwie back dass der den extrem schnell verbraucht hat und also das torpor extrem schnell runtergetickt ist und er dann aufgewacht ist wenn man den narkotiks da eingeflößt hat ja das wollen wir natürlich nicht hoffen es wird auch schon nichts passieren der wird jetzt hier gleich uns gehören ihr seht schon also jetzt einiges an fleisch vergammelt 36 fleischbrocken und ja wie gesagt zwischendurch auch vorhin schon mal noch einen kleinen anglerfisch getötet die trocken hier so ein anglergel das ist ganz gut weil das ist also das kann man als brennstoff verbinden man kann das zum beispiel die standfackeln ganz gut reinhauen das hat eine längere brenndauer als bark powder und das ist schon richtig das dumme ist man braucht halt anglerfische für ja gut aber wir haben ja schon festgestellt dass sie gar nicht so weit unten im meer schwimmen ja wir haben auch bisher erst drei gesehen also zwei drei gesehen den hier ja den hier genau also dieser form schon mal noch einen gefunden beziehungsweise zwei aber das ist halt wirklich man muss sie mal ein stück suchen wobei wir jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht so lange mehr unterwegs waren ich meine wir wollen uns ja auch wieder so ein paar megalodons zulegen da kann man dann ja auch mal in ruhe anglerfische farmen gehen ja auf jeden fall also müssen wir uns auch mal ein bisschen vorbereiten gerade auf dem mosasaurus ja du hast ja vorhin schon eine begegnung ja ich habe vorhin tatsächlich schon eine begegnung hinten so also ich weiß gar nicht wo das auf der karte war mal kurz gucken stehst du noch hier nah genug falls der gleich frisst ja ich stehe daneben ne du bist oben an der wasserberfläche nein ich bin ja daneben nein ich sehe dich doch ich bin ich an der wasserberfläche ich bin hier genau daneben das sah voll weit weg aus naja und zwar ungefähr oben bei was ist denn das 15 30 ungefähr bei dieser kleinen inselgruppe da bin ich runtergetaucht und da ist mir tatsächlich ein mosasaurus entgegen gekommen in level 16 weibchen aber da habe ich gedacht okay ich verpisse mich mal das war mir dann nichts denn wir wollten eigentlich ein anglerfisch haben und wie gesagt also die da waren zwei level ich glaube ein level 1 und level was unter zehn noch ja was in der richtung also da war nichts los großartig so jetzt könnte der hier auch mal langsam fertig werden ja los frisst und wir hoffen mal dass wir tatsächlich in seiner zweiten folge dann auch zeigen können wie wir die pinguine fangen aber das problem ist hier in der gegend ist aktuell nichts los ist alles tot also da waren von wolfsrudel und t-rex unterwegs die haben die ganzen pinguine getötet das war schon katastrophal ja wir haben einen angler getaimt geil so dann kannst du mal taja nehmen ja der hat jetzt noch keinen namen ja das macht ja nichts warum ich denn hier ach so weil der wahrscheinlich auch topo hat deswegen ja aber es klappt mit dieser abschelle da vorne trunk trunk geil herrlich ja ich weiß noch nicht warum hier gerade noch das so ach jetzt ist es aus okay alles klar ach die antenne so geil die antenne guck dich das noch machen ja da kann man dann kann man jetzt gut irgendwelche tierchen hier anlocken und ja wo wir hin hallo aber doch halt doch mal halt doch mal an sollten halten sollte ja ja der hört mich auf dich ja weil er dir folgt diese folgt der miedeln er weiß ich doch nicht was sei das denn anhalten ist ja nicht weiter schön ja ich dachte du meinst den ich wusste nicht dass du mit mir redest du musst doch mit mir reden ja dich der soll dich anhalten logisch also stop hier so moment nicht dass er hier weiter rumschwimmt ja das wäre ich wollte mich gerade ein bild machen jetzt geht doch mal außer außer dem ich bin doch hier schon weg du du versorst das motiv nein was soll denn das durch dass man die geil der aussieht also ein bisschen unheimlich ja schon aber so tonk tonk richtig geil ja auf jeden fall ziemlich cool dass wir den haben so du kannst aber taja schnappen wir gehen wir mal in richtung basis zurück würde ich sagen ja ich weiß gar nicht was der für kampfkraft hat also ob der gut kämpfen kann oder guck doch mal rein guck doch mal die das hilft mir ja nicht ich sehe aber vielleicht erkennst du irgendwas ich sehe da nur beliebt mit 376 prozent ja aber das hilft mir nicht weil ich nicht weiß was der grundschaden ist nicht und er gibt komische geräusche von sich der hat gerülpst ja das ist ja auch ein angener der kann das ja also ich erst ziemlich cool ich schwimme hier mal ich bin hier voll viel zu weit ich schwimme zurück ja du kannst mir verfolgen wieso nein hier ist kalt im wasser ja da musst du euch hier vorne eingang zum hafen ist also du erfährst jetzt nicht gleich sagst du muss einfach nur beeilen und wie gesagt dann passt das auch bin schon viel zu weit ich habe ich habe ich habe einen herrn jetzt links rum links rum links rum ja da an den brocken vorbei naja dann finde ich du bist so 100.000 mal drüber gelaufen über diese über diesen bereich und du wirst du wissen wo der hafen ist so ja richtig cool dass wir jetzt hier ein anglerfisch haben mensch mit dem können wir nämlich mal in die tiefsee abtauchen und mal gucken was da so los ist da ja der neuer freund ja wir haben noch keinen namen ja also für ein weibchen ein weiblicher anglerfisch hässlich wie die nacht auf jeden fall aber ja auf jeden fall ziemlich cool der ist also ich hätte den wirklich kleiner in erinnerung oder oder beziehungsweise eingeschätzt seiner antenne hier so gut ihr lieben das soll es erst mal gewesen sein für diese episode wir sagen dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst uns gerne leichter und es geht gleich weiter eine halbe stunde hoffentlich wenn wir das schaffen zeitlich gesehen denn wir müssen erst mal pinguine suchen ja wir werden bestimmt welche finden ansonsten gehen wir hat alles weg bis auf die pinguine ja nicht da sind genau gut also bis gleich bis dann